Jo Leute, was geht? Willkommen zu Mario Kart zum Turnier. Wir sind zwölf Leute. Es werden nur DLC-Strecken gefahren. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Highlights. Wenn ihr in Zukunft da nichts verpassen wollt, gerne den Kanal abonnieren, gerne auf Twitch vorbeischauen. Und, oh, Marius Piste, es geht los. Viel Glück an alle. Ja, viel Erfolg. Viel Pech an alle. Ich will Erster werden. Kann ich nur empfehlen. Aber endlich mal hier Konkurrenz für Sam. Das freut mich. Ist er nicht mehr so allein auf der 1. Bitte nicht, bitte nicht mehr treffen, bitte nicht mehr treffen. Nein, der scheiß random grüner Mann. Ich bin jetzt schon Skoppel auf der 2. Skoppel! Ah, perfekt. Hier wäre ich Erster. Alle machen hier den Gapjump. Alle machen den Gapjump, ja. Aber keine hatten geschafft, keine hatten geschafft. Alle sind runtergefallen. Das ist alles Loser-Send. So. Ich bin. Und Dustin nach rechts. Dustin ist rechts. Genau, Dustin ist gerade Erster geworden. Mit 45 Punkten, nicht schlecht. Ich kriege Sam. Komm her, Sam. Und Felix kriege ich. Kuba geht nach rechts. Ist auch schon. Und King Kong geht nach rechts. Äh, Westing Kong. Ach, ist auch schon gut. Zu links ist wieder ich und Marcel. Ist schon. Und dann nach rechts jetzt Koppel und Amareli. Amareli, rechts. Und Koppel und Amareli. Und Koppel und Amareli. Ist auch richtig. Drei haben nicht ausgewählt. Das war jetzt das erste Mal, ist okay. Aber im nächsten Mal gibt es da Punktabzug, Leute. So, wir müssen uns ganz gut absprechen. Wer sich abspricht, der gewinnt, Leute. Ich hatte voll die sehr gebrochen. Nicht brechen. Wir brauchen jetzt... Ich... Ich habe einen Bumat an. Kommt hin, eine Arquete. Ich weiß nicht, kommt was. Scheiß U, Alter. Was mit einem Grünshell? Ja, ich bin Vierter geworden. Das ist die erste Runde gewesen. Erstmal reinkommen. Oh, als ob die einen Blitz haben. Ja, okay, das ist Katastrophe. Wir sind alle, wir werden ganz hinten sein. Ich bin zwölfter. Wir werden ganz fünfter. Die werden alle, sie sind alle vorne. Ja. Wie lucky war das denn noch für die? Sam was, also... Krass. Ja, Sam kält. Alter, vier hinten. Hm. Ist ja erst das zweite Rang gewesen. Ja, ja, wir haben noch alles, alles noch drin. Also viele Cups gab es? Äh, sechs. Drei mit Strecken und drei mit Ballon. Ich habe einen Stern. Oh, und Goldpilz. Kommt einen Stern und eine blaue. Ein fucking Blupper auf dem Neu. Das Ding kommt auch noch. Da kommt ein blauer. Ein fucking Blupper, Junge. Schieß, schieß, schieß. Die Bastion getroffen. Ich habe Dustin getroffen. Gib mir einen Blitz, gib mir einen Blitz. Die Rakete. Ich glaube, die blaue wäre für mich. Zweiter, zwitter, zwitter. Ey, ja, mega huge. Alter, ob der mich noch kriegt. Mega huge. Boah, dieser Dustin, der ist so gut. Ach, das war Sam. Ich bin vor Dustin, okay. Boah, das war eine gute Runde, Leute. Das hat uns ziemlich zurückgehauen. Jetzt wird es knapp. Oh, ihr Junge. Let's go. Geil, 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 geil. Könnt ihr den Fortkart am Ende hier? Ja, ja, kann ich. Ich bin dritter. Wir sind alle vorne, wir sind alle vorne. Ich bin vierter. Kommt der Blupper. Weiß jetzt nicht für wen die ist, für mich oder den. Ich habe nochmal einen Stern. Bin erstmal safe. Ja, der Blitz-Loop. Der Blitze-Beschwörer. Der Blitze-Beschwörer. Oh, geiler. Oh, was eine geile Nummer. Stark, die Runde. Habt ihr gesagt, ich bin heute gut drauf. Mein Team gewinnt das. Ja, zehn Punkte Vorsprung gehabt. Ballonschlacht habe ich Realtalk noch nie gespielt auf der Switch. Deswegen, ich versuche mich ein bisschen zu verstecken und lange durchzuhalten. Sobald ich hier einen blauen sehe, kriegt der einen Bummerang in die Fresse. Was sind die blauen? Da, Cooper. Und Amarelli. Geil. Ich habe noch fünf. Ich habe noch fünf. Das hat noch fünf Ballons. Ich habe auch noch fünf. Ah, nein. Was? Vier zu fünf? Ja. Wieso denn null? Wieso habe ich null? Was heißt das? Wie viel ich abziehe? Es geht nur darum, wie viel man abzieht. Ja, ja. Ich treffe vorziehe. Scheiße. Vielleicht auch ein bisschen defensiver fahren, Leute. Kein Ballon verlieren ist auch gut. Ja, keine. Du hast doch seppische Punkte. Hier auf diesen Banden zu fahren ist, glaube ich, gut. Auf der Wande zu fahren. Cool. Ich habe direkt zwei Ballons vor. Hinter mir ist wieder. Hinter mir ist Abschied. Ja, der hat eine Bombe. Der hat eine Bombe. Ey, der fährt mir hinterher mit einer Bombe noch. Verpiss dich. Boah, Dustin ist so... Alter, ist der gut. Der hat auf die Wand in den grünen geschmissen. Ey, King Kong. Wir werden keine Freunde. Sag's, wie es ist. Ich bin hier der Doppelkong-Typ. Der, Dustin, der will mich so sehr. So nicht, mein Freund. 5-5. Ausgleich. Ich habe nur keinen. Ich habe nur eine rote, warte. Ich habe keinen verloren. Ich glaube, das ist eher so meine Taktik. Gibt es die jetzt verlängert? Naja, das ist doch nichts. Naja, es gibt einfach... Beide kriegen... Obwohl, nee, das ist ja insgesamt. Ah, okay. Insgesamt, okay, gut. Dann bin ich tot. Alter, komplett dich. So eine Scheiße. Zerstört haben die uns. Das eine war auch nur in Lack, dass wir da ein Comeback gemacht hatten. Das war wirklich krass. Ja, gut. Holen wir auf und rennen. Naja, rennen. Rennen ist was für uns. Ja, jetzt nicht so schlau. Wieso hat er das gemacht? Keine Ahnung. Irgendwer ist ein 10-Ton. Brauche ich gleich noch hinten fallen. Sehe ich mal wieder. Also ich bin letzter. Jo, auf die 1. Ach, das schützt dich. Ich mache die Abkürzung, wenn er kein Auto ist. Abkürzung gemacht. Pass auf, da kommt eine Banane. Ja, guter Call. Oh, die Abkürzung. Wir sind gerade erst zwei drüber. Boah, wir sind so weit vorne. Ich habe eine Bombe. Zieh. Pass mir nur hinten auf, auf den Shop. Ich bin gleich getroffen. Nur Pilze hier klingt. Ich zöge den Schenny nun. Ey, wir füren, das lügt in vorne. Drückt. Das Gopple ist ganz hinten extra. Ich habe einen Blauer. Oh Gott, ich habe einen Blauer nach vorne geschmissen. Ist das schlimm? Ich weiß nicht. Ist meine, ist meine, ist meine. Ihr zieht vorbei. Ich wurde getroffen. Egal, Sam. Zieh. Ey, das tut mir so leid. Es war kein... Es wollte einfach nur... Einige bis zu sein. Da ich direkt vor den nächsten Eintop-Tox war, Alter. Bester Mate Ego West. Ja, nächstes Mal, wenn du das... Ja, da muss einer von denen... Bum, 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 bum. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sorry, my bad. Aber... Es ist ein mega Rennen. Es ist trotzdem ein mega Rennen. Ich habe da seit Jahrhundert kurzem gejogt. Lass mal Sidney. Ja, der hat direkt einen fetten Vorsprung. Läuft doch. Ich werf eine Bombe nach vorne. Pizza. Borskoppel getroffen. Wie schmeckt dir die Bombe, Skoppel? Borskoppel. 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 Ich krieg nur grüne Scheiß. Ah, was hast du denn? Ich bin jetzt neunter. Zehnter. Ich bin elfter. Ich bin ganz hinten. Ich bleib hinten. Ich bleib hinten. Wie weit muss ich denn Abstand halten, damit ich den Blitz bekomme? Wer Strecke weiß, ich halte nicht. Ich habe Blitz, ich habe Blitz. Okay. Ihr sagt an. Halt, halt. Ich glaube, man kann auch nur einen Blitz im Spiel haben, glaube ich. Ja, das geht einfach durch. Top 5, Top 5. Ich bin vierter mit einem Goldpilz. Ich habe ein bisschen. Ich habe... Ich versuche da jetzt nochmal nach vorne zu kommen, ne? Oder soll ich weiter hinten bleiben? Ne, ne, ne. Fahr, fahr, fahr. Versuche nach vorne zu kommen. Noch ein Schock. Ist wirklich fast nicht drin. Kriegen nur Pils. Ja, wir sind kurz vorm Ziel auch. Dustin ist hinten. Okay. Mit einem Stern und... Vorsicht, er kommt mit einem Stern und Pilz angefahren. Zwölfste. Ich könnte auch Siebter werden. Siebter. Sechster, 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 sechster. Ja. Sehr schön. Die Rakete. Oh, da, aber ist egal. Bam. Ja, Marcel hat die noch. Kriegt's gut. Sexy. Stark. Jetzt einfach nächste Runde nicht rasiert werden, dann passt das. Äh, wir dürfen jetzt einfach nur keine Top 4, Top 5 kassieren, dann passt das halt. Jetzt kommt die Bombe her. Aus. Okay. Das ist die Goldpilz. Jetzt. Jetzt. Kommt eine Blue Shell von denen, die geht auf uns, auf den ersten Baluigi von uns. Äh, Blue Shell kommt, ich weiß nicht. Geht auf uns. Hatte Rufe. Hatte Rufe. Er ist schon die dritte Bombe hier. Ich bin zweiter, Marcel. Dritte. Ja, komm. Let's go. Ich hab nächsten Block. Oh, Felix, pass auf. Ich hab Block. Ich hab Block. Okay. Oh, Queen, ne? Ja. Das macht der Marcel. Das kriegt der hin. Die Abgrenz. Alles gut, alles gut. Ist egal. Ja, easy gewonnen. Ist doch. Ja, stark. Stark gespielt, Jungs. Das haben wir ja. Jetzt müssten die alles andere gewinnen. Die müssten den Cup gewinnen und beide schlachten noch. Dann könnten die noch, äh, zurückkommen. Ja, ist nicht so unwahrscheinlich. Ist nicht unwahrscheinlich. Ja, ja. Kann, kann möglich sein. Nein, der Dustin. Ey, der ist so scheiße gut, äh. Ich fasse es nicht. Junge vom Bad werd ich hier getroffen. Ah, das ist so ne Wahnsinnszock hier. Ach, nö. Ach, nö. Ich hab noch zwei. Ich bin, ich bin. Hab einen noch. Ich bin richtig schlecht gerade. Tut mir leid. Oh, nein. Ich hab gar nichts mehr mit tot. Hab noch einen Punkt gemacht. Jetzt verpiss ich mich. Aber es ist knapp 10, 10. Es ist 10, 10. Noch ein. Wir hatten hier die Krone. Dicker. Oh, Skoppel, da muss er aufpassen. So ist das Skoppel. Komm her. Nein, falsche Richtung. Oh, Skoppel, da muss er auch aufpassen. Komm her, Skoppel. Wo bist du? Ah, schade. Oh, Skoppel, komm her. Oh, Skoppel. Oh, Skoppel. Hat nur auf einen. Den will ich ihm abnehmen. Den lukze ich ihm ab. Ah, ja. Ich hab noch gekriegt. Was ist der Zeit, ja? Digga, hä? Das ist ja, das ist ja geisskrank. Ja, okay. Jetzt brauchen die so einen richtigen, die brauchen jetzt schon einen richtigen Banger. Ich geh nur auf Skoppel. Komm her, Skoppel. Come at me. Wo ist er? Da ist er. Target erfasst. Ja, das denn. Oh. Oh, Jasmin. Wo ist Kamerali? Wo ist Kamerali? Ich hab's hier. Koppel. Ich will treffen. Skoppel getroffen. Sproul hat mich auch getroffen. Klingkong nehme ich auch gerne. Oh, wo willst du hin, Jasmin? Komm her. Ja, Skoppel ist Klingkong. Oh, Jasmin, du Sack. Hast du noch die Runden nochmal gewonnen? Ich bin pissen. Ich trinke viel zu viel. GG, Leute. GG. Ach, komm. Gut gespielt. Gut gespielt.